Es ist bekannt genug, wie teuer die dogmatischen Streitigkeiten der Christen der Menschheit zu stehen gekommen sind. Blut ist vergossen in Schlachten und auf Schafotten vom vierten Jahrhundert bis auf unsere Zeit. Vielleicht wird eine kurze und getreue Darstellung alles dieses Elends einigen nicht genug unterrichteten Menschen die Augen öffnen und gut geachtete Herzen rühren. Als bei der Wiederauflebung der Wissenschaften der Verstand der Menschen sich aufzuklären anfing, beklagte man sich allgemein über Missbräuche. Und jedermann muss gestehen, dass diese Klage gegründet war. Der Papst Alexander VI. hatte die dreifache Krone öffentlich gekauft und seine fünf unehelichen Kinder teilten unter sich die Vorteile derselben. Sein Sohn, der Kardinalherzog von Borgia, rottete im Einverständnis mit dem Papst, seinem Vater, die Familien Vitelli, Urbino, Gravina, Olivaretto und hundert andere aus, um ihre Güter und Herrschaften an sich zu reißen. Julius II., der eben dieses Sinnes war, exkommunizierte Ludwig XII., schenkte sein Königreich dem Ersten, der Lust hätte, es in Besitz zu nehmen, und er selbst, den Helm auf dem Kopfe und den Panzer auf der Brust, verheerte mit Feuer und Schwert einen Teil von Italien. Leo X., um seine Vergnügungen bezahlen zu können, handelte mit Ablass, wie man Lebensmittel auf öffentlichen Markte verkauft. Wer gegen diese Räubereien seine Stimme erhub, hatte wenigstens nach Grundsätzen der Moral nicht Unrecht. Aber weil sie das Fegefeuer leugneten, woran man nicht zweifeln darf, und das über dem den Mönchen viel einbrachte, weil sie die Reliquien nicht verehrten, die man verehren muss, und die noch mehr einbrachten, kurz, weil sie hochverehrte Dogmen angriffen, so antwortete man ihnen gleich zum Anfang damit, dass man sie verbrennen ließ. Der König, der sie in Deutschland beschützte und besoldete, ging in Paris an der Spitze einer Prozession, nach welcher man mehrere dieser Unglücklichen hinrichtete. Man hing sie an dem Ende eines langen Balkens auf, der wie eine Schwinge an einem aufgerichteten Baume beweglich angebracht war. Dann zündete man unter ihnen ein großes Feuer an, tauchte sie unter und zog sie wieder in die Höhe, eins ums andere. So fühlten diese Unglücklichen recht stufenweise die Qualen des Todes, bis sie unter den langwierigsten und abscheulichsten Martern, die jemals die Barbarei erfunden hat, endlich ihren Geist aufgaben. Durch Flecken verwandelten sie in Aschenhaufen. Sie trugen. Sie kannten weder Prozess noch Krieg. Sie wehrten sich nicht. Man schlachtete sie wie schüchternes Wild, das man in einem Gehege umbringt. Nach dem Tode Franz I., dieses mehr durch seine Galanterien und Unglücksfälle als durch seine Grausamkeiten bekannten Fürsten, brachte die Hinrichtung von tausend Ketzern, die Verfolgten, deren Sekte sich im Angesicht der Scheiterhaufen und unter dem Schwerte der Henker vermehrt hatte, zu den Waffen. Die Wut trat an die Stelle der Geduld. Sie ahmten die Grausamkeiten ihrer Feinde nach. Neue bürgerliche Kriege verheerten Frankreich, und ein Friede, der noch unseliger war als der Krieg, ward Ursach der Bartholomäusnacht, die in den Jahrbüchern der Verbrechen kein Beispiel findet. Es gibt Leute, die behaupten, dass Menschlichkeit, Duldung und Gewissensfreiheit schreckliche Dinge sind. Aber ehrlich gestanden, hätten sie wohl jemals solches Elend hervorgebracht? Die Wut, die der Dogmengeist und der Missbrauch der missverstandenen christlichen Religion einflößt, hat in Deutschland, England und selbst in Holland ebenso viel Blut vergossen, ebenso viel Unheil angerichtet als in Frankreich. Und heutigen Tages veranlasst die Religionsverschiedenheit in diesen Staaten nicht die mindeste Unruhe. Der Jude, der Katholik, der Grieche, der Lutheraner, der Kalvinist, der Anabaptist, der Mennonit, der märische Bruder und andere mehr leben in diesen Ländern wie Brüder und tragen jeder das Seinige bei, zum Wohl des Ganzen. Das bevölkerte und reicher gewordene Irland wird nie wieder sehen, wie seine katholischen Bürger zwei Monate hindurch ihre protestantischen Mitbürger Gott opfern, sie lebendig begraben, die Mütter an Galgen aufhängen und die Töchter am Halse ihrer Mütter festbinden und so zusehen, wenn sie gemeinschaftlich ihren Geist aufgeben. Es wird nie wieder sehen, wie sie schwangeren Frauen den Leib aufschneiden, die halb gebildete Frucht herausreißen und sie den Hunden und Säulen vorwerfen, wie sie ihren geknebelten Gefangenen einen Dolch in die Hand zwingen und ihnen den Arm führen, um damit ihren Weibern, Eltern und Kindern ins Herz zu stoßen, in der Meinung, sie dadurch gegenseitig zu mördern, ihrer Blutsfreunde zu machen und sie zugleich mit ihrer Ausrottung in die Verdammnis zu stoßen. Die Philosophie, sie allein, diese Schwester der Religion, hat die Hände entwaffnet, die durch den Aberglauben so lange von Blut trieften. Der Menschenverstand erstaunte beim Erwachen aus seiner Trunkenheit über die entsetzlichen Dinge, zu welchen ihn der Fanatismus verleitet hatte. Toleranz hat nie einen bürgerlichen Krieg veranlasst. Die Intoleranz hat Blutvergießen über die Erde ausgebreitet. Jetzt richte man zwischen diesen beiden Nebenbuhlerinnen und der Mutter, die will, dass man ihren Sohn erwürge und der Mutter, die ihn hingibt, damit er am Leben bleibe. Ich rede hier indes nur vom Interesse der Nation und sehe mit schuldiger Achtung für die Theologie in diesem Artikel nur auf das physische und moralische Beste der menschlichen Gesellschaft. Ich ersuche jeden Leser, diese Wahrheiten zu erwägen, zu berichtigen und zu erweitern. Deutschland wäre eine Wüste, bedeckt mit den Gebeinen der Katholiken, Lutheraner, Reformierten, Anabaptisten, die einander aufgerieben haben würden, wenn nicht der westfälische Friede endlich Gewissensfreiheit zu Wege gebracht hätte. Wir haben Juden zu Bordeaux, zu Metz und im Elsass. Wir haben Lutheraner, Molinisten, Jansenisten. Können wir nicht die Calvinisten auf eben die Art dulden und im Zaum halten, wie man in London die Katholiken duldet? Je mehr Sekten sind, desto weniger Gefahr ist von jeder Einzelnen zu besorgen. Die Menge macht sie schwach. Alle werden in Ordnung gehalten durch gerechte Gesetze, welche tumultierende Versammlungen, Injurien und Aufstand verbieten und stets durch die vollziehende Gewalt Nachdruck erhalten. Die Religionszenkerei ist eine epidemische Krankheit, die sich ihrem Ende nähert. Die Pest, von der wir geheilt sind, verlangt nur eine sanfte Behandlungsart. Kurz, das Staatsinteresse verlangt, dass verstoßene Kinder mit Bescheidenheit ins Haus ihrer Väter zurückkehren. Die Menschlichkeit fordert es, die Vernunft rät es an und die Politik braucht sich nicht davor zu fürchten. Naturrecht ist das Recht, das die Natur alle Menschen lehrt. Wer sein Kind erzogen hat, dem ist es Achtung als seinem Vater und Dankbarkeit als seinem Wohltäter schuldig. Wer die Erde mit seinen Händen bearbeitet hat, hat Recht an den Produkten derselben. Wer ein Versprechen getan oder erhalten hat, muss es halten und kann verlangen, dass es gehalten werde. Das Menschenrecht kann auf nichts anderes als auf dies Naturrecht gegründet werden. Und der große Grundsatz beider über den ganzen Erdboden ist, was du nicht willst, dass man dir tun soll, das tue du auch nicht. Nach diesem Grundsatz ist's aber nicht einzusehen, wie ein Mensch zum anderen sagen kann, glaube, was ich glaube und was du nicht glauben kannst. So spricht man indes in Portugal, in Spanien und zu Goa. In verschiedenen anderen Ländern begnügt man sich, itz den Satz so zu fassen, glaube oder ich verabscheue dich, glaube oder ich tue dir Böses, so viel ich nur kann. Wenn es dem Menschenrechte gemäß wäre, sich so zu betragen, so müsste notwendig der Japaneser den Chineser verabscheuen und dieser wiederum den Sianer verfluchen. Der Sianer müsste die Gangariden verfolgen, die dann wieder über die Bewohner Indiens herfallen würden. Ein Mongol müsste dem ersten Malabaren, den er fände, das Herz aus dem Leibe reißen. Der Malabar hätte das Recht, den Perser zu erwürgen, der Perser den Türken. Und alle zusammen würden auf die Christen losgehen, die sich so lange schon untereinander aufgerieben haben. Das Recht der Intoleranz ist also ebenso unvernünftig als barbarisch. Es ist das Recht der Tiger, ja noch schrecklicher als dies. Die Tiger zerreißen nur, um ihren Hunger zu stillen. Wir vertilgen einander um Paragrafen. Mit Abscheu sage ich es, aber es ist wahr. Wir, wir Christen allein, sind Verfolger, Henker und Meuchelmörder gewesen. Und gegen wen? Gegen unsere Brüder. Wir haben das Kruzifix oder die Bibel in der Hand auf hundert Städte zerstört. Wir haben nicht aufgehört, Blut zu vergießen und Scheiterhaufen anzuzünden, von der Regierung Konstantins an bis auf die Wut der Kannibalen, die die Sävenen bewohnten. Wann werden wir anfangen, die wahren Grundsätze der Menschlichkeit in Ausübung zu bringen? Wie können wir, ich möchte sagen, unverschämt genug sein, den Heiden vorzuwerfen, dass sie Märtyrer gemacht haben, solange wir uns unter gleichen Umständen einer gleichen Grausamkeit schuldig machen? Eingestanden, dass die Römer eine Menge Christen bloß um der Religion willen hingerichtet haben, so ist dies Verfahren der Römer höchst verdammungswürdig. Wollen wir eben die Ungerechtigkeit begehen? Wollen wir ihnen ihre Verfolgungen vorwerfen und selbst Verfolger sein? So würde ich Folgendes antworten. Alle falschen Wunder, wodurch man den Glauben an die Wahren wankend macht, alle falschen Legenden, die man zu den Wahrheiten des Evangeliums hinzusetzt, dienen dazu, die Religion in den Herzen der Menschen auszutilgen. Mehrere, die sich gern unterrichten wollen und doch nicht Zeit haben, sich ganz zu unterrichten, sagen, meine Lehrer haben mich betrogen, folglich gibt es keine Religion. Lieber will ich mich der Natur als dem Irrtum in die Arme werfen. Lieber will ich vom natürlichen Gesetz als von den Irrtümern der Menschen abhängen. Andere gehen noch weiter. Sie sehen, dass ihnen der Betrug einen Zaum angelegt hat, wollen auch den Zaum der Wahrheit nicht länger dulden und neigen sich zum Atheismus. So werden die Menschen verderbt, weil einige von ihnen unwahr und grausam gewesen sind. Aber wie? Soll es denn jedem Bürger erlaubt sein, nur seiner Vernunft zu trauen und nur das zu glauben, was ihm diese aufgeklärte oder getäuschte Vernunft sagen wird? Das muss ihm wohl erlaubt werden, solange er nicht die öffentliche Ruhe stört. Denn es hängt nicht von dem Menschen ab, zu glauben oder nicht zu glauben, aber es hängt von ihm ab, den Gebräuchen seines Vaterlandes Achtung zu bezeigen. Sagt ihr aber, es sei Verbrechen, nicht an die herrschende Religion zu glauben, so beschuldigt ihr dessen die ersten Christen, eure Vorfahren und rechtfertigt die Heiden, die sie hinrichten ließen. Ihr antwortet mir, alle Religionen sind Menschenwerk und allein die römisch-katholisch-apostolische Kirche ist das Werk Gottes. Aber im Ernst, muss denn unsere Kirche, weil sie göttlich ist, durch Hass, Wut, Verweisung, Plünderung, Gefangenschaft, Quälen, Foltern und Mord und durch Dankbezeugungen gegen Gott für alles dies herrschen? Je göttlicher die christliche Religion ist, desto weniger hat der Mensch darin zu befehlen. Ist sie von Gott, so wird sie Gott ohne unsere Hilfeleistung zu erhalten wissen. Die Intoleranz bringt nur Heuchler oder Rebellen hervor, eine traurige Alternative. Und wollt ihr durch Henkers Hände die Religion eines Gottes behaupten, der durch Henkers Hände gestorben ist und nur Sanftmut und Geduld gepredigt hat? Wenn die Verfolgung derer, mit denen wir disputieren, eine heilige Handlung ist, so ist unstreitig derjenige, der die meisten Ketze hat umbringen lassen, der größte Heilige im Paradiese. Welche Figur wird da ein Mensch spielen, der sich damit begnügt hat, seine Brüder auszuplündern, sie in Kerker zu werfen, gegen einen Eiferer, der ihrer Hunderte in der Bartholomeusnacht niedergemetzelt hat? Hier ist der Beweis. Der Nachfolger des heiligen Petrus mit seinem Konsistorium kann nicht irren. Sie billigten, feierten und weihten die Handlung in der Bartholomeusnacht, folglich war diese Handlung eine höchst heilige Handlung. Folglich, wenn von zwei an Frömmigkeit gleichen Meuchelmördern, der eine 24 und der andere nur zwölf schwangeren hugenottischen Frauen den Leib aufgerissen hat, so muss jener zu einer zweifachen Herrlichkeit erhoben werden. Ebenso mussten die Fanatiker in den Seven glauben, dass sie nach Verhältnis der Priester, Mönche und katholischen Weiber, die sie umgebracht haben, zur Herrlichkeit erhoben werden würden. Wahrlich, seltsame Ansprüche an die ewige Seligkeit. Jetzt lasst uns sehen, ob Christus blutgierige Gesetze gegeben und die Intoleranz befohlen, ob er Inquisitionskerker bauen lassen und die Henker des Autodafé eingeführt hat. Es gibt, wo ich nicht irre, nur sehr wenige Stellen im Evangelium, aus denen der Verfolgungsgeist schließen könnte, dass Intoleranz und Gewissenszwang rechtmäßig sind. Der Verfolgungsgeist, der alles missbraucht, sucht seine Rechtfertigung in der Austreibung der Krämer aus dem Tempel und in der Legion der Teufel, die aus einem Besessenen in 2000 unreine Tiere gejagt wurden. Aber wer sieht nicht, dass diese Beispiele nichts weiter andeuten als die Gerechtigkeit Gottes gegen die Übertreter seines Gesetzes. Es war ein Mangel an Achtung gegen das Haus des Herrn, das man seinen Vorhof in einen Krämerladen verwandelte. Fast alle übrigen Handlungen Christi predigen Sanftmut, Geduld und Nachsicht. Er ist der Hausvater, der den verlorenen Sohn wieder aufnimmt. Er ist es, der den Arbeiter, der zur letzten Stunde kömmt, wie alle anderen bezahlt. Er ist der mildtätige Samariter. Er selbst verteidigt seine Jünger, da sie nicht fasten. Er verzeiht der Sünderin. Er begnügt sich, der Ehebrecherin Treue anzuempfehlen. Er lässt sich selbst herab an den unschuldigen Freuden der Hochzeit zu Kana teilzunehmen. Und da die schon vom Wein erhitzten Gäste noch mehr verlangen, tut er ihnen zu Gefallen ein Wunder und verwandelt Wasser in Wein. Er bricht gegen Judas, der ihn verraten will, nicht in Ungestüm aus. Er befahl dem Petrus nie, das Schwer zu gebrauchen. Er tadelt die Kinder des Zebedeus, die nach dem Beispiele des Elias Feuer vom Himmel auf eine Stadt herabbeten wollten, die sie nicht hatte beherbergen wollen. Er sterbt zuletzt als sein Opfer des Neides. Wenn man das Heilige mit dem Weltlichen, einen Gott mit einem Menschen, vergleichen darf, so hat sein Tod, nach menschlicher Weise davon zu reden, sehr viel Ähnliches mit dem Tode des Sokrates. Der griechische Philosoph starb durch den Hass der Priester, Sophisten und Ersten seines Volkes. Der Gesetzgeber der Christen unterlag dem Hasse der Schriftgelehrten, Pharisäer und Priester. Sokrates konnte dem Tode entgehen und wollte nicht. Christus opferte sich freiwillig. Der griechische Philosoph vergab nicht nur seinen Verleumdern und ungerechten Richtern, sondern bat sie sogar, seine Kinder einmal wie ihn zu behandeln, wenn sie so glücklich wie er werden sollten, ihren Hass zu verdienen. Der unendlich erhabnere Gesetzgeber der Christen bat seinen Vater, seinen Feinden zu verzeihen. Wenn Christus den Tod zu fürchten scheint, wenn die Todesangst, die er duldet, ihn Blutstropfen schwitzen macht, ein äußerst heftiges und ungewöhnliches Symptom, so unterwarf er sich aller Schwäche des menschlichen Körpers, den er angenommen hatte. Sein Leib zitterte, aber seine Seele war unerschütterlich. Er lehrte uns, dass die wahre Stärke und Größe darin bestehe, die Übel zu dulden, denen unsere Natur unterliegt. Es gehört ein gewaltiger Mut dazu, dem Tode entgegenzugehen, wenn man ihn fürchtet. Jetzt frage ich, ist die Toleranz oder Intoleranz göttlichen Rechtes? Wollt ihr Christo gleichen? So werdet Märtyrer, aber nicht Henker. Es bedarf keiner großen Kunst, keiner gesuchten Beretsamkeit, um zu beweisen, dass die Christen einander zu dulden schuldig sind. Ich gehe weiter. Ich sage, man muss alle Menschen wie seine Brüder ansehen. Wie? Der Türke, mein Bruder? Der Chineser, der Jude, der Siameser, mein Bruder? Ja, zuverlässig. Denn sind wir nicht alle Kinder eines Vaters? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Es ist nicht nur grausam, in diesem kurzen Leben diejenigen zu verfolgen, die anders denken als wir, sondern auch, wie es scheint, sehr kühn, sie für ewig verdammt zu erklären. Mich düngt, Atome eines Augenblicks wie wir sollen nicht so den Urteilen Gottes vorgreifen. Ich bin weit entfernt, die Lehre der Kirche, außer der Kirche ist keine Seligkeit zu bestreiten. Ich habe Achtung davor, wie vor allem, was sie lehrt. Aber kennt ihr denn alle Wege Gottes und den ganzen Umfang seiner Barmherzigkeit? Ist es nicht ebenso erlaubt, zu ihm zu hoffen, als ihn zu fürchten? Ist es nicht genug, der Kirche getreu zu bleiben? Muss ein einzelner Mensch die Rechte der Gottheit an sich reißen und noch eher als sie das ewige Schicksal aller Menschen entscheiden? Wenn wir über einen König von Schweden, Dänemark, England und Preußen Trauer anlegen, sagen wir dann, dass wir um einen verworfenen trauern, der ewig in der Hölle bratet? In Europa wohnen vierzig Millionen Menschen, die nicht zur römischen Kirche gehören. Sollen wir zu jedem derselben sagen, Herr, weil ihr doch unausbleiblich verdammt werdet, so mag ich mit euch weder essen noch trinken noch handeln noch umgehen. Welcher französische Gesandte, der dem Großsultan vorgestellt wird, wird im Grunde seines Herzens denken, seine Hoheit wird die Ewigkeit hindurch unausbleiblich verbrannt werden, weil sie sich der Beschneidung unterworfen hat. Glaubt er in der Tat, dass der Großsultan ein tödlicher Feind Gottes und der Gegenstand seiner Rache ist? Wie kann er da mit ihm reden? Hätte man ihn dann zu dem Sultan schicken müssen? Wie kann man denn mit solch einem Menschen etwas zu tun haben? Welche Pflicht des bürgerlichen Lebens kann man gegen ihn erfüllen, wenn man fest überzeugt ist, dass man mit einem Verworfenen zu tun hat? O ihr Sektierer, die ihr einen gnädigen Gott anbetet! Wenn euer Herz grausam gewesen ist, wenn ihr den verehrt, dessen ganzes Gesetz in diesen Worten besteht, »Liebe Gott und deinen Nächsten« und dieses reine heilige Gesetz mit Sophismen und unverständlichen Zänkereien belastet habt, wenn ihr bald um eines Worts, bald um eines einzigen Buchstabens willen die Fackel der Zwietracht angezündet, wenn ihr mit der Auslassung einiger Worte, einiger Zeremonien, die andere Völker nicht kennen konnten, ewige Strafen verknüpft habt, so wird ich mit Tränen, die ich der Menschheit weihe, zu euch sagen, versetzt euch mit mir an jenen Tag, wo Gott alle Menschen richten wird, einen jeden nach seinen Werken. Ich sehe die Toten der Vorzeit und unserer Zeit vor ihm erscheinen. Seid ihr versichert, dass unser Schöpfer, unser Vater zu dem weisen und tugendhaften Konfuzius, zum Gesetzgeber Solon, zu Pythagoras, Zaloikus, Sokrates, Plato, zu den göttlichen Antoninen, zum guten Trajan, zu Titus, dem Wohlgefallen des menschlichen Geschlechts, zu Epiktet, zu so vielen anderen, die Muster der Menschheit gewesen sind, sagen wird, fort, ihr Ungeheuer, geht hin in ewige, an Dauer und Stärke, unendliche Strafen, eure Qual sei ewig, wie ich bin, und ihr, meine Geliebten, die ihr nach vorgeschriebenen Formeln gestorben seid, kommt her zu meiner Rechten und nehmt Teil an meinem Reich und an meiner Seligkeit. Ihr schaudert zurück vor diesen Worten und nachdem sie mir entwischt sind, habe ich euch nichts mehr zu sagen. Nicht mehr zu den Menschen, zu dir wende ich mich, Gott aller Wesen und aller Zeiten. Wenn es schwachen Geschöpfen, die sich im Unermesslichen verlieren und von dem übrigen Teile des Weltalls nicht einmal bemerkt werden, erlaubt ist, dich um etwas zu bitten, dich, der du alles gegeben hast, dich, dessen Gesetze unwandelbar sind und ewig, siehe mitleidsvoll herab auf die Irrtümer unserer Natur. Lass diese Irrtümer nicht unser Elend werden. Du gabst uns nicht ein Herz, das wir einander hassen, nicht Hände, das wir einander erwürgen sollten. Gib, dass wir einander helfen, die Last des kurzen, flüchtigen Lebens zu tragen. Dass kleine Verschiedenheiten unter den Bedeckungen unserer schwachen Körper, unter unseren unvollständigen Sprachen, unter unseren lächerlichen Gebräuchen, unseren mangelhaften Gesetzen, unseren törichten Meinungen, unter allen in unseren Augen so getrennten und vor dir so gleichen Ständen, dass alle diese kleinen Abweichungen der Atome, die sich Menschen nennen, nicht Losungszeichen des Hasses, und der Verfolgung werden. Gib, dass diejenigen, die am hellen Mittage Wachslichter anzünden, um dich zu ehren, diejenigen ertragen, die mit dem Licht deiner Sonne zufrieden sind. Dass diejenigen, die ihr Kleid mit einer weißen Leinwand bedecken, um zu sagen, dass man dich lieben muss, diejenigen nicht verabscheuen, die eben selbe unter einem Mantel von schwarzer Wolle sagen. Dass es einerlei sei, ob man in einer nach einer alten Sprache gebildeten oder in einer neueren Reihe von Worten zu dir betet. Gib, dass die, deren Kleid rot oder violett gefärbt ist und die über ein kleines Teilchen eines kleinen Haufens dieses Staubkorns herrschen und die einige abgerundete Stückchen von einem gewissen Metall besitzen, ohne Stolz dessen, was sie Größe und Reichtum nennen, genießen und dass die Andern sie nicht beneiden. Denn du weißt, dass es unter den Eitelkeiten dieses Lebens nichts gibt, was verdiente einander darum zu beneiden und stolz darauf zu sein. Möchten doch alle Menschen sich erinnern, dass sie Brüder sind, möchten sie doch alle Tyrannei über die Seele ebenso wie den Straßenraub verabscheuen, der ihnen die Früchte ihrer Arbeit und ihres ruhigen Fleißes nimmt. Wenn die Plagen des Krieges unvermeidlich sind, so lass uns doch im Schoße des Friedens einander nicht hassen und zerreißen. Lass uns den Augenblick unseres Daseins anwenden, auf gleiche Weise in tausend anderen verschiedenen Sprachen von Siam bis Kalifornien deine Güte zu preisen, die uns diesen Augenblick gegeben hat.